Und so geht's weiter. Es war ja klar, dass der mal wieder Stress macht. Du müsstest dich eigentlich schämen. Ihr müsstet euch eigentlich schämen, ihr Landbesetzer. Wir haben niemanden etwas weggenommen. Als wir vor 25 Jahren hergekommen sind, war dieser Alm seit Jahrzehnten verlassen. Ihr habt alles widerrechtlich besetzt. Aber jetzt werdet ihr gehen müssen. Ihr seid doch alle Kriminelle. Bleib ruhig, Jan. Beruhige dich. Die Bergpolizei. Ganz nah am Himmel. Freitag um 21.10 Uhr. Auf bibel.tv